Hallo und herzlich willkommen zum ersten Geschwätzblitz im neuen Jahr 2017. Es ist ein bisschen spät jetzt eigentlich am sechsten oder trotzdem. Nein, 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 man kann noch bis zum 19. Ein frohes neues Wünschen. Oh, okay, businessmäßig. Frohes neues euch allen. Viel ist nicht zu sagen. Beim Geschwätzblitz hat sich nichts geändert im neuen Jahr. Wir machen weiter wie bisher. Also gerne währenddessen auch mal eine Custom-Challenge. Also selbst konfiguriert, wo die Figuren am Anfang stehen. Und ansonsten mit 5 Minuten eine Challenge raus an uns. Und wir begeben uns in die Playzone. Mit dem Zufallsgenerator an der Hand. Und fang einfach mal an, oder? Mit der 2. Das ist gut. Am Anfang nicht so viel zählen. Puh, Napfer! Was hin? 1, 2, 1. So, auf geht es in die neue Partie. Gerne auch Eröffnungsvorschläge und Wünsche wieder eurerseits posten. Sonst würde ich sagen, machst du einfach den Start. Oh, ich bin noch so... Du kannst auch einfach nur die Eröffnung bestimmen. Ich habe ein Nachmittagsschläfchen gemacht. Ich bin noch so ein bisschen dösig. Ja, okay, warte, ich bin weiß. So viel habe ich schon mal verstanden. Okay. Jetzt sah erst aus, dass wir bis nach E5 gehen. Das haben wir selten. Hier, oder? Also irgendwie habe ich... Du hast das immer. Ich beschleiche das Gefühl, dass mindestens eine Figur am Ende mal nicht da landet, wo sie soll. So, aber jetzt macht man doch hier Springer G5, ne? Oder war das... Ich verwechsel das immer... Nein, nein, nein. Ich verwechsel das noch mal mit Französisch. Da habe ich das nämlich, glaube ich, schon mal fälschlicherweise gemacht. Ach, ich auch. Springer G5. Oh. Ne, dann war das jetzt hier fälsch. Hä? Was? Wann macht man das denn nochmal? Es gibt doch diese Variante und dann geht es eigentlich H6 nicht, weil man Springer E6 hat. Ja, das ist in der Französisch-Variante. Oh, ne. Das sieht ja gut an. Ja. Dann guck mal, jetzt habe ich hier wunderbar gedeckt. Dann könnte der zweite gleich rauskommen. Ja. Oh, guck mal hier. Jetzt mache ich aber hier volle Kanonen und dann mit Springer E5. Und dann Läufer E4? Ist das? Ja, F3. Alles im Boden. Alles im Boden. Alles im Boden. Gut, gut, gut. Ich sag schon gar nichts mehr hier. Ja. Du hast wahrscheinlich recht F3 und dann aufläufer D5, C4 und dann F4 hinterher. Voller Angriff. So. Ich als Chat-Chatter. Entreißt mir. Nein, ich brauche die jetzt. Ich brauche die jetzt. Ah, ja. Ich habe schon jetzt keine Zeit mehr. Und am Ende sagst du dann immer, du kannst ja ganz gut blitzen, aber bitte ein bisschen schneller. Siehste? Und dann liegt das immer nur daran, weil du mir die Maus entreißt. Ja, wahrscheinlich. Ach guck mal, ich mache jetzt hier mal. Also du wurdest vermisst, wird dir gesagt. Oh, wieso? Wieso weiß ich auch nicht. Ach, weil du das letztes Mal alleine gemacht hast. Weil ich letztes Mal ohne dich gewandert habe. Ja. Ja, zu Recht. Ich war selber am Schachspiel. Ja, also Christoph Helmer sagt auch auf F6 nimmt man raus. Das ist auch so der Kenntnisstand, den ich habe. Und dann nimmt er mit dem Eber und jetzt hast du doch, glaube ich, sogar schon mal gespielt. Ja, bestimmt. Hab ich doch schon mal bei dir gesehen. Ja, im... Ah ja. Und dieses Obra ist irgendwie im Karo Kann, aber mit Springer T7 statt... Hoppala. Jetzt geht's ja. Jetzt geht's rund, hm? Na, es sieht doch nach einer Märkiger aus. Ich dachte erst, so auf den ersten Blick, dass ich aus Versehen irgendwo geschlagen hätte. Das würde ich mir ja auch zutrauen. Ja, das sieht doch gut aus. Eine Frage im Chat. Wen soll man denn hier bitteschön herausfordern, wenn man mal spielen möchte? Wir haben einen Gemeinschaftsaccount. Melikolas. Melikolas. Genau. Steht unter dem Video. Ich blende es euch doch einmal ein. Hier die Großeinsicht und direkt neben Melanies Kopf. Seht ihr das ganz klein? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, genau. Ja, da steht's. Genau, da steht's. Und wir gehen wieder in die Großeinsicht. Ja, Springer G6 hat ihn jetzt völlig aus dem Konzept gebracht. Ich hätte da am Läufer B5 spielen können, ist mir so im Nachhinein aufgefallen. Der wäre vielleicht auch nicht ganz verkehrt gewesen. Ganz verkehrt wäre der nicht gewesen. Aber so bin ich auch eigentlich zufrieden. Jetzt muss ich nur irgendwas mit meinem König hinkriegen. Ja, wo soll er denn hin? Direkt König F2 König geht. Ja, doch, das hatte ich sogar überlegt. Aber ich will erstmal meine Dame dann decken, also verbinden quasi mit dem Turm. Sonst steht die da so ungedeckt. Ja, das ist nicht verkehrt. Oh, und ich habe jetzt sogar geschafft, dir einen Zeitvorsprung zu erkämpfen. Was? Das gab Prudel. Du musst es vielleicht erläutern für alle, die nicht gerade sehen, was der Gegner schreibt. Wurde hier im Chat. Oh, den brauchen wir doch noch gar nicht aufgeben. Na, im Blitzen zumindest nicht. Da gebe ich dir recht. Ja. Aber da muss ich sagen, da hast du mit F4 ganz schön aggressiv gespielt. Auf die Kacke gehauen. Ja, und nach C5, ich glaube, das ist dann auch schon etwas gröberer Fehler C5. Weil danach hast du ja sehr, sehr viel Raum. Ja, manchmal ist das gar nicht so gut, zu viel Raum zu haben. Weil dann, wenn man alle Bauern quasi nach vorne schmeißt, dann können die halt auch schnell schwach werden. Aber hier ist, glaube ich, dadurch, dass ich halt auch nicht schlechter entwickelt bin oder so als Schwarz, geht das ja. Ja. Ja, ich fand auch, das sah durchaus... War ein bisschen gekünstelt am Anfang, aber... Ja, jetzt merke ich mir das aber vielleicht endlich mal. Jetzt merkst du es. Vor allen Dingen, ich habe noch so erzählt, ich habe das schon mal bei Karakan gespielt. Ja, ne, aber einer im Chat sagt doch, das wäre wohl im Karakan. Aber erst wenn Springer D7... Aber ich sage das so und lästere über mein früheres Ich und mache es jetzt quasi falsch. Also, okay, verstehe. Jetzt die 6 von unten. Oh, hier gleich Christoph. Der hat übrigens auch gesagt, wie die Variante richtig geht. Na dann? Ja. E4, damit du möglichst viel Eröffnungswissen beisteuerst, bitte. Und es geht los. Jetzt. Ja. Das machst du. Ja. Oder das. Nee, ganz ruhig. Okay. Ist egal. So. Jetzt die 3. Aha. Und dann... Läufer weg, am besten mal. Ja, am besten mal hier so ein bisschen. Stimmt, wir haben noch unsere 6 ausstehen. Oh ja. Dann sag mir mal 116. Nein, ich habe die... Du musst dich vorher üben. Ich übe es erst. Welchen Zug? Springer D2, Läufer G5. Ja, Springer D2. Ach nee, warte. Eigentlich wäre H3 richtig. Sorry. Aber so passt das auch noch. Nur der Vorteil ist, wenn man Springer D2 noch warten, also zurück hält, dann kann man nach noch gerade dann immer Läufer G5 spielen. Das geht jetzt offensichtlich nicht mehr. Ja. Vielleicht. Ja. Deswegen hätte ich... Aber über die Zugfolge hat er zumindest arg grübeln müssen. Ja. Und nun würde ich sagen, rochiere ich doch. Ne, oder Dame E2. Na gut. Das ist so die Haupt... Ja, Verteidigung will ich es jetzt nicht nennen, aber... Der beste Aufbau. Der allerbeste Aufbau. Ja. Okay, Läufer E6. Was mache ich denn da? Ja, das weiß ich auch nicht immer so richtig. Weil eigentlich zieht man den ja weg. Du? So, jetzt kannst du dir überlegen, ob du mit Rochard oder mit Springer F1 spielst. Dann vielleicht vorher noch H3. Das kannst du so oder so machen. Dann mache ich das so. Ah, aber dann kommt Springer G4. Ah! Was denkst du denn, warum man H3 spielt? Ja, das werden wir gleich sehen. Bestimmt nicht, weil man keine anderen Züge hat. Ja, ja, okay. Also Springer G4. Na gut, hier geht es vielleicht, weil der D5 dann irgendwie in einem Moment noch hängt. Na gut, da kann er ja zwischen nehmen. Da werde ich auch springen. E3 hat man immer noch was. Ja, und Läufer E3 auch. Läufer E3 willst du denn nicht machen, wenn der Springer da ist? Turm nach E8. Aha. Dann bereitet der bestimmt Läufer E6 vor. Soll ich da... Nein! Wieso denn das? Zugwiederholung machen oder was? Nein. Jetzt kannst du... Ich mache das mal und erkläre denen danach. Der ist vielleicht gar nicht gut. Aber die Idee ist, dass er jetzt nicht Läufer E6 machen kann. Ich habe mal eine Figur über die vierte Reihe gezogen. Ja, ja. Und ich erzähle dir jetzt einfach, was ich mir dabei... Läufer E6 ist doch keine Drohung. Doch, ich will hier einen Schwachpunkt ausmachen. Und wenn jetzt Turm E7 zum Beispiel kommt, dann mache ich Springer G3, ja? Ja. Aber Turm E7 finde ich auch komisch. Ich hätte den Turm zurückgezogen. Ja, aber auch dann mache ich Springer G3 und jetzt hat er H6 gespielt und das ist eine Schwäche. Ja, aber es bringt dir ja nichts, wenn dein Springer jetzt auf G3 steht. So schwach ist es jetzt auch nicht. Das Problem an H6 ist immer nur, wenn man schon H3 stehen hat, den du dich aber geweigert hast. Und mit kurzer Rade bringt es dir dann eh nichts, wenn du H6 stehen hast. Ja, wenn, dann musst du das jetzt auch noch Rade ausmachen. Nee, aber das hilft doch nichts. Ich kann da keinen Angriff rausholen. Da ist nichts anzugreifen jetzt. Das hast du mir doch gerade erklärt, dass Springer F5 deine grandiose Idee ist, um H6 zu provozieren. Dann kommt H6, du bist stolz wie Bolle und sagst dann aber... Ach nee, einen Angriff kann ich da jetzt nicht... Nein, es ging nicht darum hier anzugreifen, sondern H6 sollte Springer F5 etwas begünstigen. Oha, ist das überhaupt gut? So, Schatz. Ja, nee, jetzt brauchst du auch nicht wieder angekrochen zu kommen. Wenn du die ganze Zeit in der Öffnung nicht auf mich hörst und jetzt plötzlich feststellst, dass was schief gelaufen ist, dann kann ich dir zu dieser Einsicht gratulieren. Ja, ja. Aber Wunder kann ich da jetzt auch nicht mehr rausholen. Wunder, als ob hier Wunder notwendig wären. So schlimm ist das doch alles gar nicht. Nee, aber jetzt auch nicht so toll. Ich muss nur gleich mal einen grandiosen Zug machen. Sowas wie... Sowas wie Springer F5, ne? Ja, sowas in der Art nochmal. Ja, das wäre gut. Ähm... Und zwar sowas wie... Erst H3 Und dann... Dame A7. Was hältst davon? Dame A7. Ist das Wild? Einfach mal Drohungen aufstellen. Wenn ein Wild für dich gleich bedeutend mit... Sinnlos ist dann ja... So, jetzt... Er macht nämlich auch sowas, ne? Greift dir den A2 an. So ein Schlingel. Ja, aber von einem soliden Feld. Wenn du erstmal auf A7 stehst... Na ja, mal gucken was geht, ne? Jetzt ist erstmal Abwarten angesagt. Ja... Na ja, also... Sehr... Symmetrische Stellung. Aber du hast zumindest einen Springer auf F5. Gut, er kann auch schnell einen nach F4 stellen. Ja, das... Und jetzt... Hält sich dein Vorteil in Grenzen? Vielleicht mal da mit C5. Aber dann kommt immer Springer D3. Springer E4. Hättest du mal H3 gespielt? Hättest du? Ähm... Und D3 ist auch unangenehm. Ja, das verhindert G3 ganz gut. Was war jetzt mit dem nochmal verkehrt? Springer D3. Oh ja. Ja, du kannst dann vielleicht noch auf C7 nehmen. Ich weiß nicht. Vielleicht funktioniert's. Das... Könnten wir testen, indem wir schnell spielen. Ah... Okay. Ah... Ich habe ein schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Oh ja, ich auch. Na, Tom C8 saß doch gerade gerade. Springer E7. Ja, oder direkt da mit C8. Das geht noch. Das geht noch. Ja. Ja, Miktar sagt es. Die D-Linie in Feindes Hand. Ah... Ja, stimmt. Das ist doof. Ähm... Aber... Dame C5 bereitet grandios G3 vor. Ist das was? Ähm... Ist das was? Das ist was. Ja. Oh, und der Zeitvorteil, der ist jetzt auf unserer Seite. Zum Tragen. Es sei denn, es gab wieder so eine Zeit, ähm, wie sagt man, wenn der andere so Probleme hat mit der Verbindung. Ach so. Dann sieht man immer die Zeit runterlaufen, runterlaufen, runterlaufen. Und dann irgendwann kriegt er plötzlich wieder all seine Zeit dazu. Ja, aber das passiert eigentlich nicht so häufig. Ja, das... Ich verantworte mal kurz Niklas Frage aus dem Chat. Ähm... Ne, man braucht keine bestimmte Rating, um... Also wenn ich die Frage richtig verstanden habe. Sag mal ganz kurz, was wir gleich machen. Pff, den Turm weggehen? Oder Dame F8, um die Verwirrung noch zu perfektionieren. Ja, wer macht das doch. Ja, also man braucht nicht eine bestimmte Rating, um hier gegen uns spielen zu können. Sondern man muss Premium-Mitglied sein. Und zwischen all denen, die uns eine Challenge schicken, lassen wir dann den Zufallsgenerator entscheiden. Und zählen dann immer ab, damit nicht... Damit wir nicht, ähm... Ja, den gleichen... Also kann natürlich trotzdem passieren, aber... Dass wir dann nicht mehr schuld sind, quasi. Ähm... 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 Ja, Carsten kommentiert hier gerade, ähm... Das nach G3, F3 und H3 schwach sein könnten. Aber... Aber... Dafür haben wir denn ein Luftloch. So, jetzt muss man schnell spielen und nicht matt gesetzt werden. Ja, ich muss vor allen Dingen mal gucken, was mit Dame H3 oder sowas dann... Ja, der E8. Jetzt nicht mehr. Okay. Jetzt ist Dame schlägt die E8 in der Drohung. Hat er sofort gesehen? Hat er gesehen? Ja, dann mach ich jetzt so. Ja, langsam hast du dir ja jetzt auch einen Vorteil. Er spielt. Danke. Aufpassen, dass deine genau Dame nicht irgendwann weg ist. Ja, das ist ja jetzt verhindert. Ah, geh da hin. So, jetzt haben wir... Zwei Bauer schon. Ein Bauer ist immer noch... Huiuiuiui. Aber zwei sind gut. Gute Sache. Ähm... Ja, danke für die Partie. Danke für die italienische Lektion. Die du ja nicht angenommen hast. Die ich zum Teil angenommen habe. Ich habe sie zumindest immer berücksichtigt bei all meinen Überlegungen. Ähm... Dame C5 fand ich war ein sehr, sehr interessanter Zug, den du vorgeschlagen hast. Was? Welcher? Dame C5? Ja. Ich glaube, wir stehen hier ein bisschen schlechter, weil, wie gesagt, die D-Linie besetzt ist. Dafür... Ähm... Klein wenig Druck gerade. Also wenn C6 kommt, das hätte ich erwartet, dann ist es immer noch nicht so leicht. Hätte man über G3 nachdenken können und jetzt vielleicht sowas wie Tom D3. Hm... Kann unangenehm sein, muss es aber nicht. Also vielleicht löst sich das auch in Wohlgefallen auf nach irgendwie Dame schlägt E5. Weiß ich nicht. Oder Bauer schlägt E5. Egal. Machen wir die nächste Partie, oder? Ja. Aha. Ähm... Ähm... Was? Also es kam gerade die Frage auf. Ähm... Ne... Ist sie an mich? Nein, doch nicht an dich. An Niklas 2006. Ah, okay. Weil ich auch sehr oft Niklas genannt werde. Deswegen war ich gerade... Okay, Verwirrung zu Ende. Weiter geht's. Wenn du ganz so frisch geblieben bist, dann doch nicht. Ja, ja. Wie schön wär's. Die 13. 6, 8, 10, 12, 13. Der Olaf schon wieder. Olaf kommt, glaube ich, fast jedes Mal dran, hm? Oh ja. Der ist ja vor allen Dingen heute auch nicht mehr so lange da, wie ich mitgelesen hab. Ja. Deswegen ist das ja cool, dass... Ich zieh mal Königsindisch für dich. Mhm. Wenn dir das gefällt. Ja, darf ich denn auch bitte spinnen? Sonst wird das ja wieder nix. Dann siehst du, ähm, wie ich Königsindisch verfeinere. Mhm. Interpretieren nennt man das, wenn man einen Song, den es schon gibt, ganz schlecht singt. Ja, warte mal, ich bin gerade irgendwie verwirrt. Heute ist irgendwie nicht so ganz mein Tag. Das ist ja dein täglich Brot eigentlich, hm? Ja, aber irgendwie bin ich so gerade ein bisschen verpeilt. Warte mal, warte mal, ich bin noch in der alten Partie. Christoph fragt nämlich noch, ob nach C6 nicht einfach der E5 hängt. Ja, ist richtig. Ist, ist richtig. Ach, Olaf spielt zu schnell für mich. Das geht natürlich jetzt nur sehr speziell an Christoph, der die Partie wahrscheinlich noch im Kopf hat. Nach Dame C5. Außerdem interessant wäre wahrscheinlich gewesen, Springer schlägt E4. Ähm, worauf ich auch noch nicht sicher war, was ich machen will. Springer E7 Schach oder Dame C7. So, ach, das ist jetzt ja glaube ich so einer von diesen Varianten, wo man nicht den Standard plant. Ich weiß es nicht. Ich guck mal, was passiert. Das sieht irgendwie schon relativ crazy aus, was du da aufs Brett gestellt hast. Gut, das soll du. Ist hier der Olaf eigentlich total das Theoriemonster, oder? Ja, zumindest kennt er sich in der Variante anscheinend aus. Aber gut, das ist ja auch, das ist ja hier Bayonet. Ach, jetzt kann ich nicht D5 spielen. Oh, und mein C6. Tun B8? Ja, eigentlich normalerweise, aber da kommt auch nicht da mal B3 in der Variante, die ich meinte. Da kann man dann immer D5 spielen. Oh, das geht ja hier gar nicht, ne? Ne. Ist es glaube ich schief gelaufen, naja. Oh, was machst du denn auf Tun D1 gleich? Das sieht echt... Obwohl, vielleicht da mit B6, naja. Ich weiß das nicht. Was ist denn, wenn ich mal hier... C5 machst? Auf der Schlage, da muss ja der C-Bauer. Wieso? Kann ich den Springer nicht? Nein, Springer kann ich also spielen. Naja. Ich muss auf jeden Fall schnell spielen. Aber was hast du jetzt nochmal genau dann nach C schlägt gehen? Nichts, aber dann krieg ich vielleicht eher D5 hin. Achso, was ist wenn du Springer F5 machst, um gleich nach D4 zu hüpfen? Das gefällt mir ganz gut. Ja. Vorposten. Wie schaffen wir jetzt auch immer unsere Themen aus der Lernstunde? Na gut, das sind ja auch so allgemeine Themen, dass sie ja in jeder Partie eigentlich vorkommen, weswegen wir sie ja auch behandeln. Ja, das spricht eigentlich genau für das Format, was jeden Montag 20.15 Uhr hier live für Premium-Mitglieder stattfindet. Wir bemühen uns das Mittelspiel mit all seinen Facetten. Oh, jetzt geht es los. Das muss gefässt werden. B4 ist ja fast sogar auch noch eine Möglichkeit. Kann ich nicht auf Läufer E6 spielen? Ja, dann nimm... Also wenn du... Ja, ich muss jetzt aber schnell spielen, Schatz, du kannst mir das jetzt hier nicht alles ausführlichst klären. Ja, was gibt es sonst noch? Ich wurde gefragt, ob ich GM bin oder IM. Wurde ein Drachenblut gebadet. Ne, das bin ich nicht. Ja, noch IM. Also hoffentlich in absehbarer Zukunft dann GM. Ja, das geht ja gar nicht. Ja, das geht ja gar nicht. Ja, das geht ja gar nicht. Ja, ich muss schnell spielen. Schnell spielen. Ne, das war aber nicht so schlau. Naja. 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 Ist wie es ist, was machst du auf Dame E7? Da hätte ich was anderes geschrieben. Ach, was anderes. Ja, das ist auch immer gut dazu. Aber du hast ein Bauernmeer. Das sollte doch... Oh, will ich nicht. Damit es gleichfarbiger läuft. Ich will ja hier auf Gewinn spielen. Ja, immer. Immer willst du auf Gewinn spielen. Hm. Ja. Also was war nochmal die Frage? Du hattest doch gerade versucht, irgendwelche Fragen zu beantworten. Habe ich doch. Oder nicht hinreichend. Ach so. Ja, dann war ich zu abgelenkt, um deinen Ausführungen zu folgen. Ja, zusammen sind wir... Ja, was sind wir zusammen? Sind wir zusammen eigentlich besser oder schlechter? Als einzeln? Ne, weil... Wir wollen ja auch oder wir geben ab und zu simultan Veranstaltungen, Partner-Simultan-Veranstaltungen, was sehr interessant ist. Denn, man mag es kaum glauben, man kommt sich doch des Öfteren auch ins Gehege mit seinen verschiedenen Plänen. Ja, aber es ist ja noch was anderes, ob man sich jetzt berät oder ob man... Was ist mit Turm C5? So einfach mal um den Bauern da nicht ganz so... Ja, ich dachte irgendwie, dass hier... Ein König da noch zu unsicher steht, aber... Quatsch. Der Olaf, der lässt nichts anbrennen, ne? Ne... Natürlich über... Züge nachdenken, aber du hast... Ja, ich habe auch keine Zeit, Freundchen. Oh... Ja, Madame. Das... Darauf werde ich achten. Ja, es sieht so aus, als würdest du den C-Born leider verlieren, ne? Wahrscheinlich. Ärgerlich. Und dann habe ich leider noch nicht mal viel Zeit. Ja, du musst reden. Ich kann jetzt nicht mehr reden. Okay, ich rede. Deck den Bauern. Nein, nicht so reden. Unsere Zuschauer unterhalten. Okay, liebe Zuschauer. Olaf ist wirklich ein erbitteler Gegner. Und dabei zitiere ich aber nur, was im Chat geschrieben steht. Aber es stimmt einfach. Olaf, der liefert sich jedes Mal einen Kampf... Haben wir nicht das letzte Mal auch... Oh Mann, ich will... Wenn du jetzt... Ich weiß nicht, ob das geht, aber... Was ist denn? Ja, sowas. Also G4 könnte dagegen sprechen, aber... Dann hast du auch nichts verloren in dem Sinne. Nehme ich dann raus. Nimm es raus, nimmt er raus, König F5, König E6 nach Tom F1 oder so. Aber schnell spielen ist sowieso deine Spezialität. Deswegen rede ich dir da auch gar nicht weiter rein. Das war ja jetzt witzig. Diese Aussage. Das war, glaube ich, ein Einsteller-Opfer im falschen Moment. So, jetzt müssen wir noch... Das hier hinkriegen. Schnell. Betonung liegt auf schnell. Zack, 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 zack. Boom. Und am besten ohne großartige Einsteller. Was ist jetzt? Ne, das sieht schon gefährlich aus. Was? Hör bitte auf damit, mich so hier zu verunsichern. Indem du einfach hier rumschreist. Ah! Oh Gott! Hilfe! Was passiert hier? Sieht doch so grundsolide aus, was ich hier mache. Ja, ja. Sieht's auch. So. Matt werde ich da auch nicht so schnell. Nehme ich erstmal alles weg im Zweifel. Ja, ja. Alles. Alles schlagen. Guck mal, er wird eher matt als ich. Na ja. Wobei, er kommt hier noch ganz gut raus. König soll man aktivieren im Endspiel. Ja, das ist gut. Der aktive König. Sieht, das macht er auch. Ja. Oha. Oha. Das werde ich immer noch nicht, oder? Ich muss erstmal gucken, was hier die Idee ist. Aber... Oh, das war blöd. Naja, ich dachte eher... Ich kann da eigentlich überhaupt nichts hinzufügen. Das ist blöd. Nein. Du machst das... Du machst das... Du machst das wirklich gut. Du machst das wirklich gut. Dem ist nichts hinzu. Nerv mich doch nicht so hier. Olaf, Mensch. Ich muss auch sagen, also vom Gefühl her ist Olaf mit seinem Rating von knapp unter 2000 etwas unterbewertet. Ja, würdest du das auch sagen? Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Jetzt geht er da auch noch auf die Bauernstibitzen. Ich muss nur aufpassen, wenn ich meinen Turm hier nicht einstelle, quasi hinter Rücks. Ja, genau. Oder irgendeinen anderen Turm. Einen von vielen Turmen. Und du hast ja so viele. Ja. Na, da... Ich würde er wahrscheinlich nicht nehmen. Okay. Der hat immer noch einen Trick auf Lager. Egal. Ich... Ja, jetzt solltest du ganz furchtbar schnell spielen. Ja, ha. Okay. Wow. Also, deine Blitzfertigkeiten. Ja, das heißt insbesondere das schnelle ziehen. Das wird dir von Mal zu Mal erstaunlich schneller. Sehr, sehr gut. Ja. Nicht so von oben herab, bitte. Sehr, sehr gut. Von unten herauf. Man kann hier nicht... Nee, das ist einfach nur ernst gemeintes Lob. Vor allem hast du das dabei auch noch sehr, sehr sauber gespielt, muss ich sagen. Fand ich echt beeindruckend, deine Technik. So, bevor ich jetzt schon wieder gleich was sage, was irgendwie nicht gut ist. Ich mach das gleich mal auch mit dir. Dann müsst ihr mal sehen, wie das ist. Der Colin. Ja, es ist ja nur so, dass das ganz besonders schnelle ziehen nicht immer zu deinen Stärken zählte. Dann habe ich es damit schlimmer gemacht? Ja. Ah. Äh. Da hin. Okay. Ben-Oni oder... Nix. Ben-Oni. Nix Ben-Oni. Vielleicht noch. Wenn du es dir wünschst, kann ich das immer noch anstreben. Nix Ben-Oni. Mir ist das egal. Völlig egal. Okay, dann machen wir jetzt hier diese komische... Ich werde eh jeden Scheiß loben, den du hier machst. Sehr gut. Das hast dein Läufer entwickelt. Danke. Das war ja sonst immer nicht so ganz deine Stärke. Aber heute hast du es echt hingekriegt. Und in welchem Tempo. Danke schön. Ich habe nur ein klein bisschen Zeitnachteil. Aber danke. Das bedeutet mir sehr viel. Ja, aber so ist das. Ihr Männer, ihr versteht das. Nee. Genauso wie das einer im Chat schreibt. Es ist so nett gemeint, aber die Frauen verdrehen die Augen. Da bist du nicht die einzige Frau. Ich glaube, das geht jedem Mann so und jeder Frau so. Da will der Mann nett sein. Nee, das hat gar nichts mit Frau Mann zu tun. Das ist auch, wenn man Kinder zum Beispiel für irgendwas lobt, was selbstverständlich ist, was die machen, dann bewirkt das das Gegenteil. Also es ist schon wichtig, mal zu loben und anzuerkennen. Aber wenn du ihnen jetzt sagst, Boah, super! Du hast die Aufgabe gemacht und das war eine Pipi-Aufgabe. Dann kommt sich das Kind dann auch ein bisschen veräppelt vor. Und genau so geht es mir. Mhm. Okay. Da habe ich ja wieder was gelernt. Psychologisch mäßig. Mhm. Ja. Ja. Einzig Kritik, das muss ich auch sagen, das ist Qualitätsopfer. Es wurde gerade im Chat auch nochmal angesprochen von... Ja gut, aber in der Position war es, glaube ich, schon schwierig, oder? Sonst verliert man den... G4 Hetzt, glaube ich, noch... Ah ja, stimmt. Und, naja gut, man muss dazu sagen, er hatte davor durchaus die Möglichkeit, den Bauern zu gewinnen. Mhm. Das wäre natürlich nicht verkehrt gewesen. Springer am Rand bringt Glück und Zufriedenheit. War das so? Ja. Eröffnungswunsch erstens G4, müssen wir uns merken. Ähm... Ja, was? Ich mach das, wenn du zu feige dafür bist. Boah, provokant ohne Ende. Wenn du zu feige dafür bist. Ähm... Du bist hassenswert. Danke. Ich hab jetzt rausgelesen aus dem Chat. Das ist ja nicht... Äh... Das ist erst seit heute so. Hat nicht jeder eine hassenswerte Seite? Oder zwei? Ja, man sollte aber versuchen, die nicht raushängen zu lassen. Raushängen lassen? Oh... 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 Okay, beschleunigter Drache. Das kann man auch mal probieren. Kalzen spielt aber eher den normalen Drachen, oder? Oder spielt er auch den beschleunigten? Ich glaub eher den normalen. Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Nakamura, glaub ich, viel Drachen spielt und da immer so ein paar Neuerungen raushängen lässt. Das Wort hat dir jetzt angetan. Ja, und jetzt bin ich gerade dabei, hier einen Gewinn zu errechnen. Ja, viel Freude damit. Ja, weiß ich nicht, ob's geht, aber man muss ja mal zugreifen hier. Und das war ein weiser Satz aus dem Chat. Frauen zu loben ist wie einen Topf schlagen auf meinem Feld. Ja, ja. Und da muss ich jetzt Carsten aber mal 100% zustimmen, solange es kein Fake-Lob ist. Was ist ein Fake-Lob? Es klingt so wie Fake News. Ein Fake-Lob ist entweder eins, was mich ernst gemeint ist, oder was... Naja, gut, das ist dann vielleicht nicht Fake, das ist dann einfach aber kein Lob. Weil man für irgendwas lobt, was selbstverständlich ist. Ja, aber jetzt ohne, dass das irgendwie doof klingen soll, aber es ist ja nicht selbstverständlich, dass du so schnell ziehst. Das machst du ja meist nicht. Das lasse ich jetzt erstmal so stehen, bevor ich mein tolles Beispiel bringe. Sagt nichts Gemeines jetzt. Nein, nein, das machst du nicht. Nein, okay, das muss ich vorher sagen, ist jetzt nicht auf Nico bezogen, aber stell dir auf euch würde jetzt sagen, oh, schön Schatz, du hast nicht nebens Klo gepinkelt oder so. Das ist doch dann kein Lob. Das wäre nur ein Lob, wenn du das sonst immer machen würdest. Das war eigentlich ein erfrischendes Beispiel, ne? Ja, fand ich gut. Oh, jetzt kommen ja schon langsam so viele... Ähm... Eil dir hin, ja? Eil dir hin, ja? Wunderwaffe? Darf ich... Das war schon mal der Wunsch. Na, ich hab's glaube ich auch gespielt. Aber so ein bisschen mit der Frage, wieso? Hä? Wie? Wieso? So eine normale... Ja, wenn ich das mit Schwarz spiele, dann... Das ist ja nur so ein bisschen Konter geben, ne? Weil... In der Regel ist es ja schon so, dass man sehr viel Raum weg gibt. Ah... Imperial ist heute auf Krawall gebürstet, hab ich das Gefühl. Dömm, 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 Krawall... Dömm, ja. ich begebe mich hier in komische sachen rein weil du nicht jetzt ist hier schon fast ich wir nicht ich wir so also was russisch mit schwarz wäre auch nett zu sehen was passiert denn jetzt schon wieder also ich bin nicht zufrieden finde ich nicht gut was hier passiert ist dein einziger vorteil ist die zeit diesen vorteil solltest du dir bewahren sonst ist ja aussichtslos also kommunikation mit dem anderen geschlecht das ist nicht immer einfacher auch das ist hier wieder nix generell kommunikation ist die herausforderung des alltags dann kommunizieren wir bitte wie ich hier das ist ein einsteller nimmt und nimmt auch d5 das will ich mir eine gewinnstellung haben alles furchtbar jetzt kommt da ein scharf ach nee dann kann ich ja noch alles nix ist gut ja komm jetzt viel schnell hier 17 sekunden ja ich spiel schnell alles alles im griff hier oder auch nicht das muss man immer machen weil ach so das geht auch so wie es gibt es dann immerhin also eigentlich müsste man fairerweise jetzt Ich kann das Remis sogar annehmen. Naja, gut, jetzt nicht mehr. Okay, jetzt ist auch die Stellung wieder okay. Aber lass keinen Dauerschutz. Habe ich nicht vor. Huiuiuiuiui. Colin, das war ganz schön knapp. Ach ja, Olaf, viel Erfolg. Auf geht's zum Blitz. Hier schreibt Olaf, wir verabschieden uns. Wir verabschieden ihn. Also uns von ihm. Naja, also keine Ahnung. Das war schon eigentlich... Was war das? Hier die Stelle mit Springer B3. Also neben Springer B3, Quale mehr. Der Rest war Unfug dann meinerseits. Unsererseits. Ne, der Unfug war natürlich nur meinerseits. Ich habe irgendwann mal mitgekriegt, dass wir eine Quale gewonnen haben. Das heißt, ich habe überhaupt keinen Einfluss auf die Partie. Der Zufallsgenerator wird auf 202 erhöht. Dann machen wir mal 20. Und wir machen weiter. Die 18. Wollen wir mal grob überschlagen? Kommt das hin? Wie grob überschlagen? Danke. 18. 12. 14. 16. 18. Der Niko. Ja, gleich machen wir 25. Dann zählen wir hier mehr als wir Schaf spielen. Aber es soll ja immer fair bleiben. Ja, schön, dass so viel los ist. So, hier namensvetter gegeneinander oder willst du? Ich nicht. Du willst. Okay. So, was hatten wir jetzt für Vorschläge? Eigentlich hin? Also Russisch könnte ich... Oh Gott. Du kannst Russisch, dann mach doch Russisch. Ja, Russisch kann ich ja noch weniger. Okay. Also es ist beides recht spaßig wahrscheinlich. Zuzusehen? So, ein bisschen weiß ich noch, danach weiß ich nicht mehr. Oha. Du bist schon völlig auf dem Buch. Naja, aber ihr habt es so gewollt. Ja, was kann man sonst noch so erzählen? Ne, wir können mal fragen. Wir wollten ja am Wochenende irgendwas unternehmen. Was habt ihr denn so für Vorschläge? Naja. Aber eine Freizeitgestaltung von bis zu drei Stunden ist gesucht. Bis zu drei Stunden? Jetzt steht man hier so hinten drin. Das ist irgendwie immer so. Ja, deswegen sag ich ja, wieso wünscht man sich denn sowas? Das geht hier raus an den Zuschauer Drachenblut. Warum wünscht man sich das? Naja, ich finde mit Weiß ist das manchmal schon unangenehm. Aber da wissen die Schwarzspieler ja auch, was sie machen. Ja. Und ich weiß das ja nicht. Auch wenn das ja schon gewisse Ähnlichkeiten zu Königsindisch hat. Aber irgendwie steht mein Springer hier so. Puh, jetzt kommt gleich noch G4 oder so ein Spaß. Und dann hat er aber alle Bauern gleich auf der mindestens vierten Reihe. Mhm. Ich guck mal, ob ich hier überrannt werde oder ob das noch geht. Dann gehst du jetzt wieder gleich zurück. Ja. Escape Room, sagt der Chris. Oh ja, das haben wir schon gemacht. Das haben wir schon gemacht. Das ist echt cool. Mhm. Aber ich hab mir das einfacher vorgestellt, muss ich sagen. Was? Ich hab dir doch erzählt, wie tricky das ist. Und es macht ja auch nur Spaß, wenn man am Ende keine Zeit mehr hat. Wenn man das total easy peasy schafft, dann ist ja nichts. Dann ist ja kein Kitzel. Ja, aber es ist so ein bisschen... Dann guck ich Sherlock Holmes und dann denke ich, ich scanne den Raum. Ja. Und dann weiß ich direkt, wo die Hinweise sind. Aber das ist ganz schön versteckt alles. Also Escape Room ist... Dabei war der in Leipzig noch nicht mal der Beste, den ich gemacht habe. Nicht mal der Beste? Also was heißt, der Schwerste nicht? Oder... Ja, also in Braunschweig... Der ist richtig, richtig cool. Total tricky. Und auch mit ganz vielen... Ähm... Soll ich nicht F6 spielen? Was nicht? D5, E6... Ich muss ja irgendwas machen. Ach so. Das ist ganz schön. Na komm, wir machen hier Harakiri. Ja, oder du machst sowas wie Dame C8 oder so. Das ist mein Ding mit Harakiri. Du bist ja völlig verrückt. Aber okay. Ja, warte. Oh, hier haben uns wohl der Hai geschrieben. Hai Niko. Ähm... Ja, und der war vor allen Dingen mit mehr so... Der in Leipzig. Das war halt einfach ein Raum. Und der sah aus wie ein Raum. Mit Schränken und so. Und nichts Besonderes. Aber der in Braunschweig. Da waren wir glaube ich im Moonraker oder so. Und das war dann alles so richtig cool wie so eine Rakete. Und dann hat das auch gedampft. Und... Ähm... Das war halt einfach was anderes. Und spektakulär. Ja. Also der in Leipzig war auch... Hat auch Spaß gemacht. Ja. Und der in Hamburg. Da war ich auch schon. Der war mir ein bisschen zu einfach. Das war dann nicht so... Es hat nicht so viel Spaß gemacht. Aber ich glaube die haben auch nicht so richtig gut aufgepasst. Ja, warte mal. Was? Oh, ne okay. Die haben ja auch nicht so richtig gut aufgepasst. Und haben irgendwie zu schnell Tipps gegeben. Obwohl das ist dann halt auch blöd. Wenn man eigentlich noch genug Zeit hat. Und auch da noch nicht so lange dran rumgerätselt hat. Ja. Gruselkabinets. Wir sind auch vorgeschlagen. Das weiß ich gar nicht was das ist. Sowas gibt es immer auf dem Jahrmarkt, ne? Ja, in Hamburg zum Beispiel. Dieses Dungeons. Das ist so... Ach das! Ja. Jetzt hast du doch so vielfältige Möglichkeiten hier Material zu gewinnen. Da muss doch irgendwas dabei sein, was vollends überzeugt. Ja, wo? Ich sehe keiner. Springer 4, A5. Ach so, weil das hier hängt, ja. Naja, ansonsten. Was gibt es sonst noch? Dum 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 dum. Wir können eine Partie Schach spielen. Das wurde noch vorgeschlagen. Darauf habe ich gewartet. Das machen wir doch sowieso. Jeden Tag. Ja, morgen stehen wir extra früher auf. Ja, halt. Also immer vor der Arbeit eine Turnierpartie. Das ist das Ziel, ne? Oha. Und wenn du jetzt da alles rausnimmst, erst auf G4, dann auf E5. Hm. Das sieht jetzt nicht so aus, als würdest du noch einen Bauern gewinnen, weil er ja inzwischen nimmt. Oder auch so. Ja. Aber du hast einen Bauern mehr. Ja. Und jetzt auch noch ganz gute Stellung, ne? Hm. Jetzt sind auch meine Figuren alle aktiv. Wobei ich weiß ich noch nicht, wo ich da ein bisschen will, aber... Ja. Das ist halt Eierchi, ne? Das ist immer so ne... immer so ne Sache. Hm. Ja. Du wirkst so... Ja, ne. Ich nehme das alles gespannt auf, die Vorschläge, aber... Nix dabei, was dich überzeugt hat, ja? Nix dabei, ne. Also da müsst ihr kreativer werden, die Community hier. Ja. Bowling? Ja, Bowling finde ich so in... Ähm... So. Nicht so spannend, aber es gibt auch zum Beispiel so... Ähm... Mit... Wie heißt das denn? Schwarzlicht oder so? Ja. Und da gibt es immer einen Shop, wenn du was versenkst. So was wusste ich jetzt gar nicht. Das ist Discobowling. Ja. Also das kenne ich da, wenn das Fahrzlicht angeschaltet wird. Ja, ne. Ist klar. Wie wäre es dann mit einem positionellen... Wow. Ja, gut. Das vielleicht auch. Ja, geht aber noch nicht so. Ich nehme den hier. Ähm... Ich dachte an G5. Aber im nächsten kann ich da doch nehmen. Ja, dann nimmt er mit dem Läufer. Achso. Aber jetzt G5 und... Das ist der Zug, der Eierchen widerlegt. G5? Nein. Aber das ist immer so die Idee. Der steht da jetzt gut. Wer? Der Baum. Eierchen steht jetzt gut. Ja, stimmt. Eierchen. Ja, für den... Also umgekehrt, ne. Ihr wisst, was ich meine. Ähm... Diese ganzen weit vorgerückten Bauern... Jetzt können wir mit dem Springer nehmen. Dann hängt der D2. Diese ganzen weit vorgerückten Bauern, die können schwach werden. Und das ist halt eigentlich immer so das große Ziel im Eierchen, dass man... dann provoziert und irgendwann ausnutzen kann. Das war zwar... Naja, ein Krampf will ich nicht sagen. Aber zwischenzeitlich, da muss man echt Geduld haben. Das ist ja... Huiuiui. Auch als er noch mit H3G4 ankam... Oh ja, eine Harz. Hier, da ist ja alles ganz weit... Haben wir schon gemacht. Ja, meine Aktivität haben wir ja schon gemacht. Aber ja nicht durch den ganzen Harz. Wir machen nichts zweimal. Nein. Ja, wir waren da auch schon auf dieser... Wie heißt die? Diese Tal... Nee, Schluchtenbahn bei Tale. Oh ja, das ist eine Empfehlung an alle, die nicht so weit vor dem Harz wohnen. Naja, ich fand das nicht so spektakulär. Ich fand's cool, doch. Was war denn jetzt? Ja, dort ist ja vorher auch voll Schiss und war es dann erleichtert, dass es doch nicht so schlimm war. Ja. Du bist manchmal ein gemeiner Mensch, weißt du das? Ja. Aber ja, ich hatte großen Respekt vor der Höhe. Das ist so ein Schluchten, Tal, Sperren, Schluchten, Seilbahn oder so. Ja, du hast hier einen Berg und hier eine Schlucht. Und dann hat man... Braucht noch ein Seil? Bitte? Man reicht mir das Seil. Mein Finger? Da hat man ein Seil und da rutscht man den runter. So Kopf-Uber quasi. Ja, ich glaube, jetzt kann sich das jeder ganz gut vorstellen. Ja, was machen wir denn hier mit E4? Das ist natürlich so eine Sache. D5 ist, glaube ich... Ich weiß gar nicht, ob das im Endeffekt ist. Du hast ihn hier jetzt eigentlich gespielt. Ich spiele auch passiv-aggressives Schach. Ja, und welche Eröffnung hatte dieser Name? Ja, stimmt, beschlangigter Drache. Ja, aber es geht ja nicht gegen C4, ne? Da muss ich mich aus der Affäre ziehen. Ich versuche alles möglich zu machen. Und es sieht ja auch noch so ein bisschen Sizilianer-mäßig aus jetzt, oder? Mit fehlenden Mehlbauern, aber sonst. Dafür ein bisschen Patempi mehr. Ja, also wir sind in Braunschweig beheimatet. Um die Frage zu beantworten. Äh, ja. Ja, sieht doch gut aus hier. Ja, danke. Haben mir größte Mühe gegeben, diesen Bauern zu gewinnen. Und jetzt gebe ich mir große Mühe, den zu behalten. Ja, ich würde krass sagen. Ja, aber es sieht gut aus. Wieso haben wir denn noch immer keine Elo dazu gewonnen? Wir haben mit 2,660 angefangen. Also es geht, aber es geht... Aber hatten wir nicht schon mal 2,680? Ach ja, und dann haben wir ja verloren. Das kann passieren, ja. Naja, mehr als wir in Realität... Was? ...jemals erreichen werden wahrscheinlich. Ach, Quatsch. Man muss mal positiv denken. Und du hast die Tasse. Ach ja, aber das heißt ja nicht, dass ich 2,677 haben werde. Da reicht ja 2,5-0-1. Oder nee, 2,5-0-0, oder? Es reicht auch, dass du die 2,5 nie gehabt hast, sondern nur virtuell. Ja. Ja, das stimmt. Frage, wie lange wir noch spielen? Naja, noch eine Dreiviertelstunde ungefähr. Oder? Ja. Ja. Ja, doch. Also noch genug Zeit für die ein oder andere Runde, ne? Oh, Lasertag, ja. Das finde ich gut. Das macht nur zu zweit. Wir haben ja keine Freunde. Ja. Na doch, 2 andere Personen fände ich in Braunschweig. Doch. 2 haben wir. 2 haben wir in Braunschweig. 2 haben wir in Braunschweig. Ich kenne auch noch welche. Ja. Ja doch, ein paar Menschen haben wir ja schon kennengelernt. Wenn wir alle zusammenziehen, dann können wir ein Lasertag-Team stellen. Ach, dann können wir ja noch viel mehr. Von allein meine ganzen Arbeitskollegen. Na gut, weiß nicht, ob die Lust haben auf Lasertag. Hilf jetzt mal lieber. Hm? Und du erzählst nur irgendwelche Sachen von Lasertag. Du guckst, ich, also ich gucke mir jede Partie von dir an. Ja, ich bin hier, ich bevorzuge unsere Chatteilnehmer. Ja, okay. So ist das halt. Ja. Ich lobe die ganze Zeit. Ja. Und dafür. Man muss ja Prioritäten setzen. Ja. Was passiert sonst noch? Eintracht Braunschweig. Da kann man natürlich nicht mehr. Also aufsteigen. Naja. Ein bisschen Fußball. Ah ne. Besser nicht. Sonst geht es mir eher wieder Gesundheit. Naja, danke. Entschuldigung sagt man doch jetzt, oder? Ist das nicht modern? Ja, neue Klicke. Oh, ich hatte neulich eine Situation. Da weiß ich auch nicht, wie man das richtig macht. Das war nach nem Vorstellungsgespräch. Und da war der Manager, mit dem ich das geführt hab, der sowohl älter als auch höheren Rang hatte quasi als ich. Der Bewerber, der auch schon sehr erfahren war und auch eine Managerposition hatte. Und ich als Frau. Und dann wusste keiner, wer zuerst durch die Tür geht. Ja. Mit dir als Frau. Ja. Ich hab das ganze Konzept durch den. Ach so, weil du ja eigentlich das Vortrittsrecht als Frau genießen solltest. Ja. Ja, verstehe. Und dann nehm ich noch da. Also, wer sind wir von Beruf her? Ich bin Personalreferentin. Das heißt, ich stelle ein. Melanie hat Jobs zu verschenken. Ja. Das habe ich wirklich. Das geht so. Zack, 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 zack. Also, wenn ihr nach Braun... Nö, muss gar nicht in Braunschweig. Wir haben fünf Standorte. München, Münster, Braunschweig, Hamburg, Köln. Wenn jemand SAP-Kennnisse hat. Ach so, in welcher Branche musst du heute? SAP-Kennnisse, IT-Fachkräfte. Ja, SAP oder generell IT-Beratung, digitale Transformation, wenn sich jemand damit auskennt. Ja, dann meldet euch bei Melanie. Ja. Ich bin angehender Jurist. Also, ich habe jetzt bald meine Prüfung. Und dann... Ja, ein bisschen... Rechtsverdrehen klingt immer so komisch. Aber irgendwer muss es ja auslegen. Pff. Ja, oder? Wieso sagst du das denn selber? Sagt doch sowas wie... Recht sprechen. Na, dann müsste ich ja Richter werden. Nein. Aber das kann ich natürlich auch so probieren. Einfach Recht zu sprechen. Da, wo ich was sage, ist Recht. Ja, Armando lässt ein bisschen die Zeit runterlaufen. Oh, hier. Deine Lieblingsfrage, mein Schatz. Wer ist stärker von euch beiden? Wir beantworten das. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es auf Schach... Also, im Schach ist Nico stärker. Muskelmäßig bin ich stärker. Ne. Also, ich sage immer, dass Nico stärker ist, aber ich bin erfolgreicher. Also, ich habe mehr Elo. Sagen wir so. Oder? Ist das ein Kompromiss? Du bist ja auch besser als ich. Da braucht man ja gar nicht diskutieren. Da wurde einfach Recht gesprochen. Ja, genau. Ja, im Arm drücken sie. Na, das hoffe ich zumindest nicht. Na, haben wir schon mal. Du kannst hier nicht so vorlaut. Wollen wir das mal machen. Aber das kann man mit der Kamera nicht so gut einfangen. Du willst jetzt Arm drücken gegen mich, ja? Das willst du nicht. Auch da würde ich... Also, was heißt auch da? Nein. Ich glaube, da würde ich eher gewinnen als im Schach. Was? Ich glaube, deine Chance in dem Arm drücken schlechter als im Schach. Ja, na klar. Naja, aber wenn wir um die Wette joggen... Ja, joggen Ausdauer. Da bist du dann... Melanie fährt täglich eine Stunde Fahrrad. Was soll man da ausdauermäßig denn dagegen halten? Ich nicht. Also... Ne, da kann ich nichts zu sagen. Armando hat sich gut gehalten, kann ich sagen. Hat keinen weiteren Materialverlust erleiden müssen im Laufe der Partie. Nachdem das ja mit den Minusbauern anfing. Endstellung, ja, ist halt besser für Schwarz. Aber ist natürlich noch eine Aufgabe, das hier zu gewinnen. Zeit ist halt auch ein Faktor. Ja, genau. Nicht nur Geld, sondern auch ein Faktor. Zeit. Zeit ist Geld. Ja, jetzt wollte ich eigentlich noch was schlau... Ach nee, ich wollte erzählen, dass wir jetzt eine... Ähm... Wie heißt das? Sit-up-Challenge am Laufen haben. Ja, heutzutage macht man alles nur noch in Challenges. Genau. Und sowas machen wir auch gerade. Oh, jetzt haben wir hier was angestoßen. Armdrücken. Armdrücken. Ja, das geht leider nicht mit der Kamera hier. Außerdem haben wir unseren Tisch, können wir hier nicht so... Das lässt sich schwer realisieren. Also ich weiß, Melanie hat schon Muckis, aber zum Glück nicht überproportional. Minci-H 고양 JOEN Was z گääll... War das jetzt dann irgendwie ein Lob... Ja, das war okay. Das war okay. Gut, dann kommt jetzt für dich die Nummer 15. aber ich denke wir werden das beschleunige den drachen mal wir werden das noch mal machen mit dem arm drücken und dann werden wir das ergebnis nach liefern ach soja sit up challenge was ist da eigentlich gibt es das in ganz vielen push up challenge sit up challenge alles challenge ich finde nur das fehlt man noch für schach die schach challenge hier gibt es ja auf chess24 gibt es ja taktik aufgaben und so aber so eine steigerung von tag zu tag mache heute dies mache morgen das vielleicht machen wir das mal dass wir die schach challenge ja dass man dann immer sich also ich finde sowas immer motivierend wenn man denn wenn man sich halt immer steigern und wenn man das auch tracken kann wie viel man gemacht hat dann kriegt man am ende des monats so eine übersicht du hast diesen monat ja nur zwei taktik aufgaben gemacht das war nicht so genial zum beispiel was denn das macht man macht man so macht man so nicht doch nein doch du stellst einfach eine figur ein damals hier das nicht wofür du hast glaube ich also total viel durcheinander geworfen weil es gab mehrere stellen an den du fast breit gewesen wärst jetzt schon ja was war was du na gut dass ich dich rohiert habe das war tatsächlich oh man das ist das problem wenn man so viel quatscht ja dann quatsch doch nicht das ist aber geschwettblitz ja dann quatsch zur partie was hast du gerade erzählt die schach challenge und so ja dass ich mir sowas wünsche du auch mal wieder in hamburg ein turnier was ist denn mal wieder was war denn dein letztes in hamburg ich habe damals schon ein blitzturnier irgendwie gespielt ja mach lass dich nicht mal setzen ja ich dachte dann da mal h3 deswegen wollte ich überlegen ob ich gleich ja was gibt es denn in hamburg für turniere dass die gegen stimmt aber das gab es letztes jahr ja auch nicht ja das hatte irgendwelche komischen gründe das hat die gründe dass sein poli immer auf die fußballer aufpassen die räumlichkeiten oder irgendwas ja 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 so ist das vor posten auf c5 zugelassen ach so ich habe selber jetzt aber ein das ist ja viel relevant ausnehmen kenne ich die 7 ja und dann beruhig mal später später sprechen ich muss das ja nicht übertreiben ja in hamburg gibt es regatta und elbphilharmonie eröffnung aber hamburg ist eine der schönsten städte deutschlands das danke dass du meine sätze vollendest hätte dann wüsste ich gar nicht was ich sagen will also jetzt hast du mich auch völlig aus dem konzert der größte hat einen der größten vereine ja und schachleben an sich ne also mit dem hsk da geht schon die posse ist schon cool wenn so ein schachverein sich ein vereinsheim kaufen kann ja nur will machen und hat ist natürlich auch noch ein kleiner unterschied jaha jetzt kannst du was spenden eine frage wer ist der stärkste spieler den je im turnierschach besiegt habt im turnierschach da zählt schiroff nicht ne das war obwohl ich finde den begriff turnierschach immer so ist ja also ist ja so klassische bedenkzeit dann war das wohl graf oder berylovich graf war stärker ja du hast von g4 du hast natürlich da ganz ganz gute leute schon geschlagen das weiß ich ja auch du hast besser was wolltest du dir sagen nö auch nö ich weiß gar nicht so genau also bei mir also ein 2 7er habe ich persönlich noch nicht geschlagen aber auch erst sehr sehr selten gegen gespielt aber das hat man auch nicht so oft ne ich habe 1 2 2 6 einmal besiegt ja das ist schon nervig dann kommt ja auch dann macht doch könig g8 was mit f5 nein dann hängt der e6 das ist doch egal ich hatte sie lass mich spielen jetzt ist ja alles verstellt das ist doch voll gut d7 springer e5 ich wollte den genialen zu könig g8 machen ach so damit man dann hier springer er kann dann nämlich gar nicht auf f7 nehmen und wenn jetzt wieder schach kommt kommt ja nicht die psychologie spielt immer mit jetzt muss ich nur echt schnell spielen so erstens springer f3 wird sich noch gewünscht also ihr habt ja manchmal meine vorschläge die sind ja jetzt nicht so krass also das ist ja noch ziemlich einfach zu bedienen ja aber das k4 hatten wir auch noch ähm die frage von peter warte es ist so nett dass schacht von mir hier aufgegeben hat weil auch wenn ich natürlich hast du wenig zeit schon wieder? ja wie viel noch? das ist nur ausreichend für dame und ja das außerdem haben wir das alle gesehen dass du sowas locker schaffst du hast ja grad für weniger ähm ja wir lesen auch die nachrichten von nicht premium mitgliedern klar machen wir aber nur die netten ja die anderen blenden ja aus die haben da so ein spamfilter ja okay ich wollte erhöhen auf 25 hast du gesagt ja aber ich glaube wir haben gerade gar nicht so viele ähm die drei endlich mal nicht so viel zählen naja es ist schon ne hä wieso steht da drei wenn das ungefähr 25 drei neue ach so ja das ist der trick so und wir spielen und warte irgendwas war noch zu wann hast du deinen fm du warst nie fm ne aber wann hattest du zwei drei das war auf jeden fall nachdem wir uns ähm 2008 ungefähr was nein als wir zusammengekommen sind da hatten wir beide ach doch da hatten wir beide 2,3 irgendwas ja stimmt ne ja ich hatte immer so zwei also immer ich bin geboren mit ungefähr 2,2,7 ey g4 war der erste mal schon viel länger vorgeschlagen tut mir leid ähm na und dann habe ich halt in einer auswertung direkt auf fast 2,4 mit drei turnieren und dann habe ich den fm titel nie beantragt ja also ist jetzt ja auch nicht so der türöffner der fm titel ne ist zwar ganz nett aber ähm ja man man hat ja nicht so viele vorteile durch das viele meistertum naja aber ist schon mal ein ziel wenn man ja es ist auf jeden fall schon gut aber wenn man halt das klare ziel hat im zu werden da muss man natürlich muss einem klar sein steckt noch arbeit hinter aber ähm dann kann man vielleicht drauf verzichten ja wie stark sind wir denn im tandem ich glaube wir haben noch nie zusammen was wir zwei ja wir zwei sehr gut wir sind im tandem sehr gut naja mein nico noch ein bisschen trainiert ja ich glaube wir haben noch nie tatsächlich zusammen doch wir haben im tandem turnier richtig da hießen wir wie hießen wir bang ja bang oder boom oder so ja stimmt wir haben ein tandem turnier gewonnen mal gemeinsam ja ja das richtig also ist ja gut ja der anfang einer großen liebe ja beginnt mit pokalen ja wir waren aber zu dritt und ich glaube ich durfte fast nie spielen weil immer wenn ich gespielt habe oder war das nie das war gar kein tandem das war einfach nur ein blitzturnier in zweier teams oder wir waren zu dritt sogar ja aber es war trotzdem kein tandem ne es war ein blitzturnier aber vielleicht wurde auch getandemt das kann doch heutzutage keiner mehr sagen ach jetzt geht es ja wenn es eingemacht wird eine statistik wird hier gezeigt die mir gefällt dass ich 56,4 prozent gewonnen habe und nikolaus das war 41,7 ich weiß ja nicht auf was sich das bezieht aber es gefällt mir ja aber ist bestimmt quatsch ja bestimmt bestimmt ne das ist vielleicht die auswertung unserer accounts oder so ne ich bin hier nicht so erfolgreich glaube ich aber da muss man natürlich auch man muss man muss alles hinterfragen ne also als mündiger bürger muss man diese zahlen hinterfragen warum ist das so ich glaube keine statistik die du nicht selbst gefälscht hast ne sagen wir psychologen über naja es ist ja so dass ich mit meinem also ich spiele ja auch hier relativ viel auf jazz 24 du hast ja vor allem viel stärkere gegner als ich ja das auch und es ist natürlich so wenn du jetzt nicht so häufig spielst und meistens zum bantern da kommt ja auch größere elo unterschiede ich spiele ja immer mit dem account melikolas das war kein wertvoller beitrag was? dein kommentar ne das macht ja dann keinen einfluss auf dein account ja eben deswegen war es ja sinnlos dass du das überhaupt in den raum geworfen hast ich bin unzufrieden mit der stellung und jetzt krasse ich zu viel und das sorgt nicht für Verbesserungen aber ne es geht eigentlich so unzufrieden bin ich nicht dann macht der f5 ach brett groß echt haben wir versäumt mann 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 ja da kommt auch alles zusammen jetzt gerade was also auf chess games aha hab ich ja noch nie was gibt es da für kuriose statistiken mhm mhm interessant ja aber ich glaube aber das einzige was man über diese statistik mit sicherheit sagen kann ist dass sie nicht der wahrheit entsprechen ja du holst ja bestimmt nicht weniger als 50% ich vielleicht schon eher ne aber alleine schon weil ja nicht also definitiv nicht alle partien da reinkommen nehm ich da ja 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 aber ich glaube sogar fast dass bei mir ja schon eher hinkommen kann weil ich ja auch viele starke turniere spiele im gegensatz mit dir naja dass da alle partien reinkommen oder fast nein aber dass ich da natürlich dann auch mehr verliere du spielst ja hauptsächlich open turniere wo du ja in 95 prozent der partien favorit bist naja sagen wir in 80 und ich spiel ja auch so andere sachen und außerdem finde ich ja auch schlechter ich bin ja habe ja auch in open turnieren nicht nur so viele naja ja aber das ist ja 41 prozent gewinnquote da kommt ja noch eine ich dachte generell die oh wie gut wären wir in der weltragenliste der pärchen also auf jeden fall top top 100 auf jeden fall ne 20 hätte ich gesagt kann sein ja ne das problem ist die meisten ne ne die machen ja gar keinen schmuck obwohl doch so ein bisschen weil die lernen sich als schachprofis kennen denn mann und frau sind beide schachprofis das sind wir ja nicht und waren wir ja auch nicht ne aber so mega viele also klar wahrscheinlich Nummer 1 ist Giri und Sofiko oder vielleicht sogar Rapport mit seiner Lady der ist doch auch über 27 und die ist auch gut oder so aber sie hat glaube ich nur 2,3 oder? wie viel hat denn Sofiko? 2,4 wobei die schwankt auch immer sehr ja muss ja nur noch irgendwie wenn Carlsen jetzt sich da zusammenschmeißt mit mit wem? ja mit wem? mit Hu... Hu... ja aber da gab es mal Gerüchte aber ich weiß nicht ob die auf irgendwas fußen oder auf jemand der diese rangliste nur erstellen wollte ja wahrscheinlich dass sie mit Caruana angewendet hat aber ich weiß nicht ob das irgendwie hand und fuß hat oder auch nur mit dem kleinen finger ja also es gibt schon noch einige die da vor uns platziert sind quasi ja Neidich auch mit... achso ja mit Neidich mit Neidich aber das ist ja auch... ähm... hm? hm? oha oha ähm aha was... was mache ich denn jetzt? äh weiß nicht ähm... luftloch oder so was gibt es denn da zu lachen? ich... verliere die Dame oder nicht? ja wieso denn? was droht denn? dame F1 ist das einzige was noch geht achso es droht draußen schon uiuiui ähm ähm Grischuk mit Lachno ach die ist doch... die ist doch auch Männer-GM naja dann könnten die sogar vielleicht ganz oben sein vielleicht sind die sogar die Nummer 1 dann auch hier unser Daniel Friedmann mit wem ist der? mit Anna Zatonski die hat auch fast 2,5 oder hatte... ich weiß immer nicht so die aktuellen also wir merken wir müssen beide noch ein bisschen Elo zulegen ja auch Elisabeth ist noch vor uns noch ihr Mann spielt zwar nicht so aktiv aber der hat trotzdem 2,4 glaub ich ja ja mag sein jetzt hängt hier mein Türmchen das da nimmt er den weg das ist ein bisschen Verwirrung also Schach ist immer gut wenn man... ne das ist brillant jetzt hier noch ein bisschen und dann... wo kommt das nächste? ja das sieht gut aus da kommt es ja sehr sehr viele Schachpärchen aber wie viele von denen haben sich denn so kennengelernt und die meisten waren ja schon Schachprofis als sie zusammen sich kennenlernten und du meintest wir waren vorher keine Schachprofis aber jetzt keine Schachprofis wir waren es damals jetzt nicht mehr aber damals waren wir Schachprofis da hatten wir beide so 2,3 da haben wir uns abgeprofit nein aber... man könnte das noch einschränken mit gleicher Nation da wären wir dann ganz schön weit vorne gleicher Nation ja stimmt dann wären wir echt weit vorne naja... noch einmal hierzu das möchte ich dir einmal zeigen diese kritische Stelle hier das ist ja furchtbar gewesen guck mal es droht halt einfach nicht verhinderbar das Nehmen also wenn ich jetzt H3 mache oder so dann kommt das Nehmen und Turm D1 und es gibt echt... ich glaube Dame F1 ist der einzige Zug der das verhindert jetzt hat leider im Chat gesagt Dame E7 gewinnt ne das ist zum Glück nicht so denn es kann noch zum schlägt D1 kommen und jetzt bleiben wir auch mit dem Bauern mehr aber alles andere hätte verloren uiuiuiuiui so aber weiter gehts ja 4 und 2 zählen 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 ne Dame F2 geht eben aus diesem Grund nicht weil dann Dame schlägt E7 kommt 16 21 burn so wollen wir hier nochmal abwechselnd ziehen dann kriegt man auch immer alles mit ja noch einmal ihr könnt auch gerne nochmal eine custom challenge für heute kreieren sowas war denn noch offen beschleunigter Drachen immer noch da suche ich mal ja beschleunige mal abwechselnd ziehen boah schon wieder das habe ich aber mal bei dir in Perfektion gegeben ach ne vorhin war das ja achso ich dachte wir wollten abwechselnd ziehen nö das kann ich nicht aber ich weiß dass du genau weißt was man dagegen macht ich habe das in der Turnierpartie gesehen das war so beeindruckend ja Turnierpartie ist aber auch immer was anderes weil da bereitet man sich nochmal extra vor und hier weiß ich schon jetzt nicht mehr 100% die Zugfolge und das ist ja in solchen Eröffnungen dann immer kritisch ach wo hast du denn deine Leichtfiguren hingeklatscht hm also Springerkarten ups aber stimmt das war ja noch meine Verwutung dass eine Figur nicht da landet wo sie landen soll aber bisher hast du es perfekt gemacht immer so ich nehme mal Tee ah ich will nix mehr ja tut mir leid möchtest du auch noch einen Tee? na bitte ist der noch warm? nein natürlich nicht na ja manchmal hält sich das hält sich das ist meine schöne ISR-Kanne ne? ja Blindfold sollen wir spielen was? ach wir könnten das einfach mal probieren oh Gott aber da ist man ja viel zu langsam man kann also oder? also man kriegt schon eine Partie blind recht gut hin aber nicht in 5 Minuten oder? ich weiß ich hab's ja noch nicht probiert ich hab's noch nicht probiert also doch tatsächlich haben wir doch doch pass auf aber das war noch ein bisschen anders das war in unserer Mannschaft in Groningen mit zum Beispiel Jordan van Forrest Matthias Blühbaum und so ja da saßen wir in der Bar und haben so ein paar Bier getrunken und dann haben wir auf dem Handy oh ja das da haben wir auf dem Handy einfach nur so eine App gehabt die als Schachuhr fungiert und haben dann komplett ohne Brett halt Blindfold ja so gespielt gegeneinander jeweils und einer war Schiedsrichter und hat dann immer so ein bisschen das ja ja hier wurde ja auch schon vermutet dass ich das nicht schaffe nein das ist glaube ich nur ähm ein Versuch der Provokation aber ich lass mich nicht so nur von dir ja aber auch dann ist die Reaktion nicht dass sie das macht was ich will sondern weiß ich nicht dass du was anderes machst was ich nicht will also das klappt nicht das klappt nicht so gut ja ja aber wir können sowas nochmal machen für die letzte Runde irgendwas besonderes was jetzt? ja also wir können das ich würde das probieren mit dem Blindspiel wir können aber auch Hand and Brain machen ja so der hängt hier jetzt ist ja noch Springer E7 oder auch Loll E7 oh ja der ist ja noch viel grandioser ne joa sind sehr viel Material im Jahr naja komm so viel jetzt nicht 3,4,5,5,5 ach die eine wurde ja erstmal geopfert ja mit Material ja mit Material habe ich es heute könnte die Dame gehen super was hast du mit Material? du zählst nicht so heute ja heute habe ich da keinen guten Blick für ja heute habe ich da keinen guten Blick für D5 da ist doch Futsch das hat ihn vielleicht gestört eigentlich würde ich es auch ganz gerne wissen wollen ob ich das hinbekomme also wenn du dann ziehst und 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 einen sagen wir mal und ich ja probieren wir das mal vielleicht kann man aber 5 gegen 10 oder so machen ich glaube das würde jetzt in der Umsetzung zu lange dauern weil dann müssten ja die Leute erstmal ihre Challenges umstellen und so stimmt auch wieder mit Evans Gambit auch noch oder Evans Gambit wie was war das noch ich weiß nicht du hast das glaube ich immer richtig gesagt und ich da habe dann irgendwann mal gesagt dass das falsch ist und seitdem bist du verunsichert ja so ist das ich werde immer verunsichert ja das ist ja auch mein Job du bist auch gerade ein bisschen hinterher gedrückt ja ich überlege ob ich Springer D3 spiele aber vielleicht tut das auch einfach nicht los du hast ja schon so viel Material aber es ist ja eigentlich auch blöd so zu denken man muss trotzdem rechnen ob es geht und wenn es geht und ich bin mir sicher dass es geht dann spielt man es halt ja ja geht ja mal machen aber er hätte auch Springer D6 spielen können dann wäre es noch nicht mehr gegangen ähm erstes F3 möglich also wenn wir blind machen dann spielen wir glaube ich was normales oder weil sonst ist es super schwer ja normal in Anführungszeichen aber ja 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 wenn man sich nicht mal auf seine Eröffnungskenntnisse dann verlassen kann muss man ja bei jedem Zug richtig denken ja aber ich glaube dass es halt also Blindschach ist eine extreme Übungssache das muss man einfach machen deswegen ich habe es lange nicht mehr gemacht ja ne ich da auch ein bisschen an pfeifen ob das schlecht klappt aber ja jetzt musste ich erstmal mal setzen hm also bitte aufhören zu gehen tut mir leid das war nein das war alles gut ja 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 also dann bereite dich doch schon mal darauf vor nein einmal damit B6 und dann ist das na gut ausnahmsweise manchmal mal oha jetzt wird hier richtig da haben wir F2 und es ist ja nur noch nicht vorbei er hat sich für das Spiel bedankt aber noch gar nicht aufgegeben den Chat danke für das Spiel gesagt und dann ja das ist wie so wenn du dann in einer Partie na gut dann nimmt der andere und dann ok Remi sowas kriegt man ja immer als Kind erzielt und dann macht man auch als Kind oder mit dem Filz unter der Figur ne so ich hoffe dass wir weiß haben hat dein König auch Filz drunter ja dann drehe ich mich jetzt um oder kriege ich deinen Schal um wir haben doch so eine coole Augenbinde ne das wollen wir jetzt nehmen ich nehme den Schal Springer F3 habe ich ja schon gesehen warte naja ich verspreche auch dass ich keine Schmuh mache also Springer F3 ja D5 C4 E6 soll ich jetzt eigentlich auch währenddessen quatschen oder soll ich jetzt hier D4 Springer F6 wir müssen nur schnell ausführen ja Springer C3 Läufer E7 Läufer G5 D5 hochhade E schlägt D5 Pre-move Dame C2 H6 Läufer G6 Pre-move kam es dazu? nein das soll ich dir schon sagen Läufer G5 Läufer G5 Läufer G5 H6 Läufer G5 Es wurde gefragt ob wir irgendwelche Traumziele jetzt kamen Läufer G5 Läufer G5 Läufer G5 die wir haben bitte ich beantworte du springer schlägt e4 also ich würde ja schon gerne werden soll ich jetzt aufhören zu reden läufer schlägt d4 ich würde gerne springer schlägt e4 d4 laufa d3 Zeit, du hast noch 3 Minuten 50, Rochade kam, oh Gott, jetzt müsste ich natürlich, Bringer B4. Oh, ich darf das vielleicht nicht so kommentieren, wenn ich schon sonst nichts sagen darf, dann muss ich wenigstens mit meiner Stimmlage hier. Dein Gegner hat noch 3 Minuten 40, also ihr habt ungefähr gleich viel Zeit. Jetzt zieht er nicht mehr oder? Nein, er überlegt. Ganz ruhig. Ich werde schon nicht hier vergessen, dass du da mit D2. Springer schlägt D3. Ich werde schon mal ein paar Minuten. Ich werde schon mal ein paar Minuten. Springer C3 kam. Damit schlägt C4, ich baller das jetzt alles weg, auch wenn das vielleicht gar nicht so klug ist. Turm F nach D1. Springer E5. Das ist jetzt mehr Zeit, 3 Minuten zu 2 Minuten 40. Eine Figur nur und einen Bauern, aber ich muss mich noch entwickeln. B3. Dann G4. Wie schnell du spielst. Ja, aber das hatte ich auch schon vorher gehofft. Das ist gut. Ach so. Er erfüllt meinen Schal wenigstens nochmal. Was macht der? Der erfüllt noch seinen Zweck. Hier. Kann man ein bisschen reinschniefen. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. 1 Minute 35. Dame E3. Ja. Spinger G6. Ja. Und was habe ich? 2 Minuten 50. Okay. Du legst also gut in der Zeit. Du legst also gut in der Zeit. Turm E, Entschuldigung, D4. Dame G5. H schlägt G drüber. Dame G5. H schlägt G drüber. Dame D3. E5. so bei dem gegner wird jetzt die zeit langsam knapp müsste auch mal hier 53 sekunden noch und du hast noch zwei minuten 30 springer e4 kam aber dann macht es doch mal trickreicher ja ach keine ahnung dann macht dame e7 was hattest du sonst noch überlegt dame g2 springer e4 ton c4 neufa e6 ton c3 damit damit die 2 er hat auch gerade schon aufgegeben so jetzt kann ich wieder reden ja ganz schön ruhig gerade gewesen du hast mir ja den mund verboten ja es war nur ein bisschen irritierend weil ja aber ja ist das hell hier ja aber voll gut das hätte ich nicht also ich würde das auch nicht so schnell schaffen glaube ich wenn wir ja vielleicht irgendwann mal testen aber voll gut das ist doch auch so weil ich finde das dann immer schwer so zu wissen zum beispiel ob man h6 stehen hat ich finde solche sachen vergisst man dann häufiger ja da habe ich mich auch gefragt aber dann war ich mir sicher ich habe h6 gespielt als das läufer g5 kam also das problem ist gerade echt wir haben ja mehrere also zwei studio scheinwerfer und ich hatte jetzt die ganze Zeit die augen zu es ist wirklich sehr hell sehr hell deswegen musst du jetzt die nächste spielen naja so viele partien haben wir gar nicht mehr ja stimmt na eigentlich war es das auch schon für heute das war ja auch ein schönes schöner abschluss da brauche ich jetzt nicht noch diesen eindruck zu zerstören das einzige was ich mich gefragt habe war ob es hier ob das irgendwie noch aber ich glaube nicht ich glaube das macht keinen sinn du musst ja dann auf d3 schlagen und dann nimmt er raus und dann dachte ich kann man hier vielleicht irgendwie aber dann kommt zum e3 das habe ich mir so eigentlich auch gedacht das war schon okay so ja das war was mir was ich mich noch mehr gefragt habe ist ob er a3 gespielt hat weil läufer d3 war schon ein bisschen verwirrend und danach hatte a3 stehen oder nicht aber gut wenn man sich nicht daran erinnert also ich war mir ich wusste nicht wann er das hätte machen sollen also war glaube ich so wie ich es mir vorgestellt habe gut danke für die partie an gegen wen habe ich überhaupt gespielt gegen nonin war nett danke euch allen fürs mitmachen fürs chatten für eure wochenendtipps genau lass uns mal ich kann nicht lesen was denn was soll ich dir denn vorlesen ich wollte hier in den bildschirm gehen also du hast glaube ich alles gesagt hören kannst du noch hören kann ich noch insbesondere dass wir natürlich darauf hinweisen wollen dass am montag wieder unsere mittelspiel show am start ist für alle die die sich eben nicht sicher sind was ist ein vorposten wie spiele ich damit und so weiter und so fort die können sich unsere serie nochmal anschauen also die unter euch die sich sagen mittelspiel kann ich alles für die ist das dann nichts für den rest kommt gerne am montag 20.15 mit rein macht mit beim interaktiven training ansonsten schönes wochenende bis bald tschüss wöchern ich finde den bunt wöchern